Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Singularity. Ähm, in der... was auch immer. Ich kann mich hier nicht... Ich kann mich... okay, ich muss da drüber sprechen. Okay, ich hab Schiss. Äh, Singularity of Cartaugat 12 in irgendeiner... kanalisation. Ja, das ist eine Kanalisation. Sieht so aus. Mit... ähm, undefinierbaren Zeugs an der Wand und Viechern, die nur auf Lärm reagieren. Also, das ist genau die richtige... Nicht, ich kann da wieder runtergehen, Trottel. Also, das ist genau das Richtige für mich. Psst. Kein Geräusch machen. Auf jeden Fall kein Geräusch. Ich weiß nicht, was der gute Mann hier vorne vorhat. Wo der hin will. E99 Technologie. Ja, ist schön hier, ne? Also, ähm, normalerweise treffen wir uns hier abends und machen so ein bisschen Breakdance-Session. Ah, der hat einen Haufen Zeug, na, der hätte ich alles mitnehmen können, aber... Ich brauch's nicht. Ähm... Oh, der war ja gar nicht laut. Ich werd' wieder hin. Ich werd' hier raus. Naja, gar nicht. Nicht laut Waffentechnologie. Yes, danke lieber Gott. Oh Gott. Waffentechnologie. Wir werden lieber ein Midi-Pack oder sowas recht gewesen, ne? Das hätte ich auch ziemlich cool. Ist noch eine Audioaufnahme? Auch nicht schlecht. Oh, ich muss das Ding wiederholen. So, das kann man schon mal da runterlegen. Zack, zack, zack. So. Wunderbar. Dann hören wir uns das Ding noch an. Wir müssen einen Weg aus dieser verdammten Kanalisation finden und zur Bahnlinie kommen. Dort sollten wir eine Lok finden können und damit zu den Docks fahren. Leider müssen wir uns langsam bewegen. Viele von uns sind verletzt. Die Kreaturen sind stark und sehr verschlagen. Geste Nacht hatte ich einen Albtraum in dem Pyotor-Stab. Ich würde gerne glauben, dass es nur ein Traum sagt. Aber mein Herr sagt mir, es ist die Wahrheit. Oh Gott. Der Kerl. Ich weiß nicht, was machen die Leute falsch? Ich bin... Die kommen hier doch auch durch. Chili, Vanilli. Okay, ich mein, ich hab auch... Ich hab auch die... Awesome. Time Verlangsamungsskills. 9000. Mit diesem Teil. Dann komm ich hier am besten vorbei. Ich glaub, wenn ich das aktiviere, dann... Explodiert hier alles. Okay, pass mal auf. Ähm... Ne, Moment. Ich will das... Ich will das doch mitnehmen. Ah, okay. Das macht gar keine Geräusche, wenn man da Gegenstände dran pappt. Das hat nicht funktioniert. So. Ich brauch das eh, um hier hoch zu klettern. Hey. Gar nicht mal so dumm, ne? Ja, okay. Das war die falsche Taste. Das war ziemlich dumm. Jetzt stehe ich hier mittendrin. Im Teil. Okay. Irgendwie sieht ja alles gleich aus. Ich glaub, hier war ich schon mal. Muss ich da runter? Ich weiß nicht, ob ich da runter muss. Finden Sie den Zug und gleich Sie sind in den Docks. Ihnen läuft die Zeit davon. Warum schreiben irgendwelche Leute das an die Wand? Das ist gut. Stellt sich mir die Frage. Okay, ich komme eh nicht weiter. Also, ich komme eh nicht mal zurück. Das ist gut. Ich begebe mich zur Bahn. Wir treffen uns dort. Okay, ich weiß nicht so richtig. Also, ähm... Oh. Oh. Ich kann es von hier aus öffnen. Ich war mal ruhig dran. Jet. Weißt du, was der Kerl jetzt hier macht? Hallo? Ich würde das gerne... Ich würde das doch gerne einsam jetzt. Oh, ein Erste-Hilfe-Päckchen. Das ist das Wahnsinn, dass ihr mir ein Erste-Hilfe-Päckchen geben wollt. Nach der langen Zeit. Wow. Ich habe hier 3000... Äh, 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 Dings. E99 Energie. Oh, zwei Stück. Wunderbar. Position wäre mir auch ganz recht. Vielen Dank. So. Das können wir zusammenbauen. Dann ist, glaube ich, der Typ ein bisschen... Oh, das ist ein cool, ne? Sagen wir uns hallo, so auf dem Weg morgens zur Arbeit. Vorsichtig. Damages-Patrouillen suchen uns überall. Die kann man... Die kann man alle grillen, Mann. Die kann man alle grillen. Okay. Ich will nur gucken, was es da hinten gibt. Tod und Verderben wahrscheinlich. Regentyp. Okay. Ich weiß nicht. Soll ich da hinten hingehen? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Es könnte sein, dass das der richtige Weg ist. Aber ich würde vorher noch zu diesem Verbesserer gehen. Habe ich einen Bio-Plan? Ich glaube, ich habe die alle übersehen. Müsste wahrscheinlich auf dem Weg wieder hierher einen Haufen gegeben haben. Oh, ich bin sich da zugereitet. Ach, das ist hier ein ZMG-Upgrade. Wer das auch immer in die Kanadisation stellt. Dr. Barisov oder so. Wiederkehr. Drücken Sie zweimal schnell Kuh, um einen Soldaten in einen Wiederkehrer zu... Wieder... Okay. Ein Soldat... Okay, das ist doch nicht der richtige Weg. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal hier lang. Ich soll zweimal drücken, um einen Soldaten in einen Wiederkehrer zu verwandeln. Also die Dinger, die... Sind das hier Wiederkehrer? Ich habe vorhin nicht zugehört. Ich bin ja nicht da, um zuzuhören. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Nein, nehm doch die Munition mit, du Drecks. Trottel. Alles cool. Alright. Bin ich gut vorbereitet? Ich hätte ein bisschen mehr Munition, wäre cool gewesen, aber... Okay. Damit muss ich jetzt wohl auskommen. So. Nachladen. Hallo. Wow. Hey, ey, 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 ey. Wir hatten doch gar keine Probleme, ne? Wir sind alle cool. Wir sind alle cool drauf. Hier ist jetzt wieder Munition hier. Da bin ich nicht ganz so verloren. Ey. Wow, der... Ist einfach aufgetaubt. Hier gibt es noch erste Hilfe. Kommt der denn her? Ja, den habe ich jetzt aber voll übersehen, ne? Auweiii! Ähm... Ich habe ja gerade ein bisschen... Warum... Hier gibt es ja gar nichts. Okay. Dann... Rambo-Style. Achso, die kommen hier runter. Ah. Die wollen mich von hinten nehmen. Sozusagen. Alter. Alter, ist ja mal gut hier unten, ne? Achso. Okay, er kommt so weiter im Konzentrationsmodus. Bam-bam-bam-bam-bam-bam. Ich nehme die ganze Munition mit, sehr gut. Aua! Was ist eine Granate? Keine Granate werfen. Ich glaube, der hat nicht so wirklich verstanden, für was diese Sand-Säcke sind. Ein Trupp hat mich gesehen, aber ich konnte ihn abhängen. Äh, Katharina, du machst das. Glauben alle an, diese stehen alle hinter dir. Okay. Ja, super. Jetzt finde ich so ohne Ende, ne? Und fein, ja. Ich hätte sie nicht gebraucht, aber ich hätte gerne welche gehabt. Munition habe ich jetzt auch ohne Ende. Ich meine, ist ja gut. Finde ich ja, finde ich ja gut. Außerdem ist die Waffe einfach cool, ne? Die AR-Valküre oder wie. Nein, ich habe keine Schusswaffe. Ich laufe die ganze Zeit hier durch und frage nach dem Weg, oder was? Was ist das denn für eine Frage? Er hat mich schon gesehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Ja gut, ist okay. Wenn wir es wieder ganz normal bewegen. Ja. Nehmen Sie die Waffe. Sie könnte nützlich sein. Ich habe doch eine Waffe. Ach so, die Waffe. Eine Automatikkanone. Ja, schwere Kanone in einem automatischen Ladesystem in Verbindung mit einem 100-Schuss-Magazin. Übertraube, feierradig, intensive Kämpfe. Ähm. Gut. Ähm, ja. Ich würde es aber nochmal sagen, wir machen wir in der nächsten Folge weiter. Die Action kommt erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann geht mir noch eine positive Bewertung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.